hallo leute und willkommen zurück ihr wisst was ansteht guck mal wer neben mir steht und guck mal wo wir stehen hallo blaues ich schlaf ja halb hallo ja wir haben wieder ein stream morgen sonntag 31 14 uhr so ab 14 uhr stunden ungefähr wir haben sie wieder wieder angepeilt 18 18 30 ja weil der siebe muss dann weg genau ich fahre nach berlin city wegen wegen essen machen und so und meine frau und ja familie halten ihr wisst ja wie das ist ja ja aber wie gesagt ihr wolltet ja unbedingt dass wir das ganze immer per video ankündigen wir machen natürlich das was unsere abonnenten gerne möchten deshalb info video 31 8 morgen sonntag 14 uhr live stream so jetzt wisst ihr bescheid cb crew live herr blaze so so genau ist alles verlinkt ist der bescheid multi twitch und twitch und bla und wie immer so wie immer ihr wisst ja und wir halten das video diesmal nicht auf zehn minuten also würde ich sagen wir sehen uns morgen